seacrauds Wir werden ein paar Videos, ein paar Aufzeichnungen aus vergangenen Gefechten und so weiter für euch parat haben. Also ganz ohne Videos kommt ihr uns nicht davon sozusagen. Unsere üblichen Nachrichten rund um World of Warships, also Entwicklungsblock, etc. pp. Alle News werdet ihr weiterhin bei uns auf dem Twitter-Kanal, auf unserer Facebook-Seite natürlich erfahren. Das ein oder andere Foto aus dem Urlaub wird es dann da vielleicht auch mal zu bestaunen geben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann Ende August, Anfang September wieder mit dabei seid, wenn wir euch die nächsten Videos aus der Szene dann präsentieren, auch mit unseren gewohnten tollen Livestream. Ja, gehabt euch wohl bis dahin. Ich wünsche euch was und ich sage danke für den ganzen Support, den ihr bis jetzt hier uns entgegengebracht habt für die ganze Unterstützung. Freut mich immer wieder sehr, sehr doll. Wie gesagt, bis dahin, bis Ende August. Haut rein. Euer Seacrauds Team, euer Maraha. Ciao, ciao.